Willkommen zu diesem Video. Ich zeige dir, wie deine Stimme ein Schlagzeug werden kann. Wie du einen Bass aus deiner Stimme machst. Wie du ein Pad draus machst. Wie du eine Melodie erzeugst. Und wie wir einen kompletten Song draus machen können. Am Schluss gibt es noch einen kleinen Bonus. Bleib dran! Hey, Stop Producing mit der School of Sound. Ich bin Emanuel. Abonniere unseren Kanal, um schneller weiterzukommen mit Producing. So, wie machen wir das jetzt? Wir nehmen Ableton Live und das darin enthaltene Instrument Simpler. In Simpler schrauben wir an unserer Stimme herum. Dann brauchen wir noch Effekte, wie zum Beispiel Delay oder Chorus. Und natürlich geht es nicht ohne Mikrofon. In unserem Fall ein Shure SM7B und eine Soundkarte. Zum Beispiel die Focusrite Scarlett 404. Alles klar? Dann geht's los. Nun zum Hardware-Setup. Wir suchen uns ein schönes Plättchen. Dann stecken wir das Mikrofon in unser Audio-Interface. Und das Audio-Interface stecken wir in unseren Computer. Die verwendeten harten Softwares habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Wenn du über den Link kaufst, erhalten wir als Kanal eine kleine Provision. Vielen Dank! Damit du deine Stimme auch hörst, wählst du in Ableton Live die Audio-Voreinstellungen an. Unter Audio-Eingangsgerät wählst du deine Soundkarte aus. In einer Audiospur in Ableton wählst du nun Audio from External In und den richtigen Kanal aus. Jetzt musst du nur noch die Aufnahmebereitschaft ganz unten auf dem Track klicken. Um einen Clip aufzunehmen, klickst du auf einen der runden Aufnahmeknöpfe in der Spur. So kriegst du dein aufgenommenes Pfeil in den Simpler. Erstens, wähle deinen Clip in Ableton an. Zweitens, drücke auf dem Ableton Push den Convert-Knopf. Drittens, wähle Simpler als Destination. Es wird ein neuer Track mit einem Simpler erzeugt. Soviel zur Theorie, nun weiter zur Praxis. Wir brauchen für unseren Song folgende Instrumente. Schlagzeug, Bass, Pad, Melodie und Effekte. Diese singen wir nacheinander ein und arrangieren sie auf verschiedenen Spuren. Das Schlagzeug besteht aus Kick, Snare, Hi-Hat Closed und Open. Tom, High mit Low und Percussion. Ich gehe also auf meine Audiospur und schaue, dass ich das Routing richtig habe. Ich muss hier noch meinen Input richtig setzen, dass das Audio from wirklich auf der 1 ist und auch den Record Enable. Und dann kann ich hier diesen Knopf drücken, um aufzunehmen. Und jetzt kann ich das natürlich anhören. Jetzt kann ich diesen Trick anwenden, den ich vorher gezeigt habe. Ein Clip anwählen und dann Convert to Simpler. Und das war's schon. Ich kann die Originalspur jetzt löschen. Und hier drin habe ich jetzt die Sounds Im Simpler. Jetzt wähle ich hier noch den Slice Modus und kann jetzt an der Sensitivity rumbasteln. Da werde ich nicht 100 machen, sondern 80 oder so wird reichen. Und die kann ich jetzt auf der Tastatur spielen. Und da habe ich am Anfang noch einen Slice. Das brauche ich dann nicht. Wenn wir das in die Nähe schieben, dann wird das Slice dann nicht gespielt. Doppelklick auf einen Clip und jetzt kann ich die Noten hier einsetzen. Das Pattern duplizieren. Nochmal duplizieren, dass wir da ein bisschen längeres Pattern haben. Ich fand es hier insgesamt das Ganze nicht so passend. Beides Mal Boom und Jack, sondern ich habe hier einfach diese Note weggelassen und mache hier Duplicate zweimal. So wirkt das Arrangement ein bisschen aufgeräumter. Dann möchte ich noch ein kleines Fill-In machen. Irgendetwas Kleines, mal einspielen. Quanteis drücken und dann ist das auch quantisiert. Von Hand hier einzeichnen. Das Zisch. Genau, das muss auch länger aushalten. Wo stehst du momentan in deiner Musikproduktion? Lasse dich bei uns beraten, welche Kurse am besten für dich passen. Den Link zu deinem persönlichen Online-Beratungstermin findest du in der Beschreibung. Der Bass kommt als nächstes. Da müssen wir uns darauf achten, dass wir einen klaren Attack reinbringen. Einen sauberen linearen Ton. Und dass er ausklingt. Boom. Eignet sich hier am besten. Boom. Ich werde auf diese Spur jetzt den Bass aufnehmen. Audiospur und los geht's. Ich übe mal ein bisschen. Boom. 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 Ein bisschen kürzen da. Die Eins setzen. Und dann auch hier Convert to Simpler. Und dann habe ich hier diesen Boom. Nehme ich das jetzt auf. Boom. 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 Am Schluss mache ich einen Loop draus, um auch höhere Töne länger spielen zu können. Und ich wähle einen Chorus, um den Sound breiter zu machen. Ich schreibe dies hier an. Auch hier wieder Routing richtig setzen. Setzen. Boom. Setzen den Startpunkt richtig. Und dann machen wir hier einen Loop draus. Die Länge wird nicht ganz so lang sein von dem ganzen Ding. Und die Looplänge, die wird auch ziemlich viel kürzer sein. Und dann schauen wir noch, ob wir da einen Fade hinkriegen, der dann einigermassen passt. Hören wir es doch gleich mal an. Ich werde hier noch einen Chorus einsetzen. Classic Chorus. Den da drauf sitzen. Aufs Pad. Und dann Aufnahme. Das Pattern kann ich so lassen. Vielleicht noch quantisieren. Das wäre dann das Pad. Wenn dir der Push als Instrument gefällt, findest du oben den Link zu unseren Musik-Controller-Tests auf YouTube. Darin testen wir einige Controller und küren einen Gewinner. Wir kommen zur Melodie. Die muss ich durchsetzen können. Ich wähle dafür den Vokal I. Ich kürze das Sample dann ab. Danach pitchen wir das Sample hoch. So wird es zur spielbaren Melodie. Ausserdem setze ich jetzt noch einen Delay dahinter, damit das Instrument seinen Raum bekommt. Auch hier eine Spur erzeugen. Zuerst lupe ich das Sample. Kürze auch die Länge. Und dann kann ich es hochpitchen. Hier bei Controls. Auch mit Transpose. Hören wir es mit allem zusammen. Ja, die Melodie ist sehr nervös jetzt. Also erstens finde ich das zu hoch. Mit der Pfeiltaste und gedrückter Shift-Taste kann ich das runterpitchen. Eine Oktave. Dann braucht es das nicht. Und ich würde das vereinheitlichen, dass ich da zweimal dasselbe nehme. So, fertig ist unser kleines Arrangement. Ich würde hier noch mehr in die Variationen investieren, um den Song interessanter zu machen. Ausserdem würde ich die Spuren noch besser abmischen untereinander, dass jedes Element seinen Platz bekommt. Das würde ich wohl alles in der Arrangement-Ansicht machen. Aber das ist Material für ein neues Video. Zum Bonus-Content. Unser Bonus-Content ist eine Mischung von meiner kleinen Tochter und Animal Trainer. Die Tochter kam kürzlich an mein Mikrofon und wollte natürlich auch mitmachen. So tönt die kleine Tochter. Und so tönt der Animal Trainer. Und so tönen sie zusammen. Man kann Animal Trainer natürlich auch ohne Balabala laufen lassen. Das tönt dann noch einen Tick authentischer. Das Sample Pack beinhaltet hunderte professionelle Loops, welche du sofort in deinen Track einsetzen kannst. Ausserdem natürlich auch Ableton Live-Sets. Du kannst das Pack online kaufen und direkt herunterladen. Den Link zum Animal Trainer Sample Pack findest du in der Beschreibung. Das Sample Pack gehört zur Online-Masterclass von Animal Trainer, welche du ebenfalls online besuchen kannst. Darin geht es um Track Construction und Track Deconstruction, Mixing, Booking etc. Und alles natürlich mit der beliebten Zürcher Producer und DJ Combo. Den Link zu allen Online-Kursen findest du in der Beschreibung. So, das war's. Ich komme zu meinem Tipp zum Schluss. Ich finde solche Experimente immer total spassig und kreativ. Deine Stimme ist einmalig. Nutze sie, um einzigartige Resultate zu erzeugen. Wenn du bisher nicht singen konntest, dann kannst du sie jetzt, wenn auch mit kleiner Hilfe von der Technik. Ich wünsche dir viel Spass beim Musik machen. Die School of Sound gibt's wirklich. Du kannst Online-Kurse und Masterclasses, Classroom-Kurse und Einzelstunden besuchen. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Link in der Beschreibung. Das war's mit dem aktuellen Video. Wenn es dir gefallen hat, like es, abonniere unseren Kanal und klicke den Alarm, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.